Rastlosigkeit »Elob«, rief Mike wieder und kam mühsam auf die Beine. »Was ist los?« Es kam keine Antwort. »Ich denke nicht, dass das noch Elob ist«, sagte Leon und stemmte sich hoch, indem er sich an der Tischkante festhielt. »Ich habe das Mesh heruntergefahren. Ich begann damit, als PA 6041 angegriffen hat.« Er holte tief Luft und lehnte sich gegen den umgekippten Konferenztisch. »Ich schätze, das war ein Sicherheitsalgorithmus, den Elob auf dem Bot zurückgelassen hat. So ein kleiner Roboter könnte doch niemals sein Bewusstsein beherbergen, oder doch?« Mike schüttelte den Kopf. Er sah sich im Raum um, versuchte die Situation zu verstehen. »Nein, selbst Elobs Minimalkonfiguration benötigt ein paar tausend Prozessoren. Er ist bei weitem nicht so kompakt wie die Viren-KIs.« Präsidentin Smith sah vom Boden zu ihnen auf, wo sie gerade General Gately mit einer provisorischen Bandage aus Stoffservietten zu helfen versuchte. »Was zum Teufel ist gerade passiert?« »Rebecca, ich denke, Leon hat gerade die gesamte Fargepopulation getötet.« »Stimmt das?«, fragte Präsidentin Smith, Leon. »Nicht so ganz, Ma'am. Aber ich denke, ich habe sie im Großen und Ganzen ausgeschaltet. Möglicherweise für immer.« Mike gab mir das Passwort, mit dem ich mich durch die Hintertür ins Mesh-Netzwerk einloggen konnte. »Ich führte die Notabschaltung für das globale Mesh aus.« »Also ist das Netzwerk abgeschaltet. Sind die KIs immer noch da draußen?« »Nein, aber darum geht es nicht«, erklärte Leon. »Der Code ist selbst für das einfachste Fargevirus zu komplex, um auf einem einzelnen Rechner zu laufen.« »Die kleinste KI, die wir entdeckt haben, nutzte etwa 200 Computer.« »Durch das Herunterfahren des Netzwerks wurden auch diese KIs in ihre einzelnen Komponenten aufgeteilt, von denen keines selbstständig funktionieren kann.« »Es ist so, als würde man einen Menschen in Stücke schneiden.« »Und was ist mit kabelgestützten Netzwerken?«, fragte die Präsidentin. »Schwer zu sagen«, antwortete Mike. »80 Prozent aller Hardware hat eingebaute Mesh-Funktionen. So können die klassischen Netzwerke und die Mesh-Systeme mit maximaler Geschwindigkeit verbunden werden. Das meiste, was in den letzten zehn Jahren gebaut wurde, sogar die Kabelnetzwerke, sollte heruntergefahren sein. »Einige Herde der Farge könnten noch aktiv sein«, fügte Leon hinzu, »aber wir können sie wahrscheinlich aufspüren. Hoffentlich sind sie nicht in der Lage, uns anzugreifen.« »Wir brauchen mehr als nur Hoffnung«, Präsidentin Smith sah zu General Gately hinunter, die durch den Blutverlust bleich geworden war. »Wir müssen diese Frau medizinisch versorgen lassen, Mike. Wärst du so freundlich?« »Ja, Rebecca«, rief Mike und rannte nach draußen, um Hilfe zu holen. »Werden wir in der Lage sein, das Mesh wieder hochzufahren?«, fragte Präsidentin Smith, die immer noch neben dem General am Boden kniete. »Nein, Ma'am«, antwortete Leon, »die Farge wie auch ELOB haben Algorithmen, um ihre Neuralnetzwerke zu aktualisieren. Wir haben eine gute Chance, dass durch das Herunterfahren des Mesh-Netzwerks ihre Neuralprozesse nach und nach zusammenbrechen. Sie verlieren ihre Intelligenz und werden zu einer Sammlung von Algorithmen. »Aber wir müssen das Netzwerk abgeschaltet lassen, bis wir sicher sein können, dass alle Rechner sauber sind.« »Und was ist mit der Notfallkommunikation?« »Tut mir leid, Frau Präsidentin, aber wir müssen alles abgeschaltet lassen.« Leon schluckte. Er schrieb der Präsidentin gerade vor, was zu tun war. Mike kam gerade rechtzeitig in den Raum zurück, um das mitzuhören. »Wir müssen jeden Computer säubern und Netzwerkfilter für eventuelle Virenrückstände einbauen. Es könnten Monate vergehen, bevor wir alles wieder einschalten können.« General Gately keuchte. »Das militärische Netzwerk. Mein Team bei Intel Fujitsu. Wenn Sie noch am Leben sind, können Sie Ihnen ein temporäres, unabhängiges Netzwerk aufbauen. Sprechen Sie mit Captain Sally Walsh. »Wir können die Vereinigten Staaten in drei Wochen abdecken.« »Ja, wir wissen Bescheid,« sagte Leon. »Meine Freunde Vito und James helfen Ihnen. Wissen Sie, ob Sie die Angriffe überlebt haben?« »Wir finden es heraus,« antwortete Präsidentin Smith. Drei Männer aus Präsidentin Smiths Stab eilten mit medizinischer Ausrüstung herein und kümmerten sich um General Gately. Zwei japanische Männer kamen, um sich um Premierminister Takahashi zu kümmern, der unverletzt aber benommen war. Weitere Leibwächter betraten schließlich den Raum und sahen auf die blutigen Überreste von Präsident Laurent hinunter. Einer der Männer fluchte auf Französisch, ein anderer begann zu weinen. »Wir können die Angriffe überlebt werden,